ja ja ich glaube ich hätte doch das auto behalten sollen aber naja kommen wir nehmen mal hier ein sternchen mit ob ich glaube das war jetzt irgendwie der falsche weg komme ich hier durch 25 sekunden ich glaube die mission muss ich noch mal neu starten ich muss dann unbedingt ein fahrzeug behalten das war jetzt ein bisschen feld von mir hallo lassen und das zeug zum unterschlupf leute lasst mich bitte in ruhe so ach das ist ja schon da vorne schaffe ich vielleicht doch noch dies komm komm tommy das schaffst du doch noch du hast doch noch genug energie genau lauf noch ein bisschen auch wunderbar du bist klasse das ist unbeliebabel so wird dafür nur tausend dollar er müssten alle gleich ganz ich wollte die eigentlich gar nicht starten aber naja gut so oh sorry i must have the wrong address well you might as well come in and rest your souls and have some tea do you have something there for me tommy yeah this place feels familiar to me it's a smell from childhood a deja vu now tommy i'm going to whisper a little air in view hear me well you look like someone i i the cubans have fast boats they used across the seas with drugs it is their livelihood my nephew been making little flying bombs to take them out blow the boats to coffin wood oh das wird lustig ich glaube auf der ps2 habe ich da auch mal sehr sehr gefehlt bin ich mal gespannt ach so ich muss dann erstmal gucken wo wie ich jetzt dann überhaupt mit den flugzeugen fliegen kann das kann ja lustig werden also oh schön ich kriege alle autos hin so bei dieser mission sei schon mal gesagt es könnte sein dass ich da total fehle so also steigen wir mal in den top fan wagen schalte die cubana aus und zerstöre ihre boote ferngesteuerte flugzeuge 2 benutze ähm die wehnteste you halo wie stehe ich denn auf Oh, also das, das kann ja totaler Fail werden. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich jetzt das Ding steuern kann. Ähm... Nee, das geht gar nicht. Warte mal, kann ich da nicht eventuell den Controller für benutzen, oder geht's? Das macht das nicht. Ähm, irgendwie scheint das nicht zu funzen. Ah ja. So. Ach so. Aua! Oh mein Gott, auf mich wird geschossen, warum nur? Die Kubaner hauen ab. Geht ja gar nicht. Okay, dann werde ich halt die Mission dann halt mal mit der, äh, mit dem Controller spielen. Ich denke mal, das wird ja kein Problem für euch sein, weil, äh, mit der Tastatur komme ich so nicht zurecht. So, oh Gott, und diese drei Dinger jetzt hier einmal zu treffen, ja, und das ist noch unter einer Brücke, boah. Wow, 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 wow. Ich gehe! Ja, aber, irgendwas läuft hier falsch. im moment jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja mal eine große runde weil ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht also langsam müsste ich doch mal treffen habe ich den ersten endlich mal getroffen oder wie es kam gerade so ein komischer ton ich hoffe mal dass ihr das auch gehört habt also es ist wirklich nicht einfach diese guten drei boote zu treffen also eigentlich hätten die auch drüben bleiben können beziehungsweise an der insel wäre dann glaube ich ein bisschen einfacher geworden aber wir wollen nicht erste erste bote ist weg das ist aber wie gut dass es hier kein zeit limit gibt ansonsten ich glaube da hätte ich schon ins gefehlt so jetzt will ich mal hoffen ah ja wow hallo was sollte das denn jetzt ich bin gegen eine wand geflogen what the fuck kann ja gar nicht sein aber volle möhre gegen eine wand eine unsichtbare wand das ist toll ja also wenn die da hinten jetzt nicht aus der ecke weg kommen dann habe ich ein problem gut das zweite boot wäre weg aber das ist auch das letzte flugzeug was ich habe also es könnte sein wenn ich jetzt fehler also wenn das flugzeug abstürzen sollte dass ich dann die mission noch mal leider von vorne starten muss aber ich will das ja nicht hoffen aber hier während des fliegens diese boote zu treffen das ist echt eine sache für sich ja super warum fahren die jetzt weiter ach jetzt ist doch aber keine unsichtbare wand da das ist das ist total wunderbar ja echt begeistert verdammt ich dachte das boot wäre jetzt schon weg ach schade so verdammt ich habe schon wieder vergessen das ding ist ja was steam auszustellen ich bin gerade bei skype oh stunden später ja gottes trefft dieses scheiß boot doch endlich verdammt ich ja 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 So, ich glaube, das müsste jetzt der letzte Oh Gott Der letzte Kumpel